Hallo, herzlich willkommen zu eurem neuen Video unserer Fusion 360 Tutorial-Reihe und in diesem Video wollen wir uns jetzt ansehen, wie man mit Parameter Bauteile modifizieren können. So, dazu, ich zeige dir mal kurz wie das geht. Man kann dann hier zum Beispiel jetzt die Parameter Box aufrufen und dann kann ich hier quasi jetzt die Länge von dem T-Träger hier zum Beispiel einstellen, dass ich sage, ich möchte hier zum Beispiel 60 Millimeter machen, dann wird der schmäler und hier gehen wir mal her und sagen, wir wollen das nur noch 5 Millimeter machen, dann wird das quasi parametrisch gesteuert und in dem Video schauen wir uns an, wie wir das machen. So, machen wir eine neue Konstruktion. Neue Konstruktion. Fangen wir wie gehabt immer mit einer Skizze an. Ich mache es jetzt hier mal einfach mit zwei Rechtecke oder mit einem Rechteck. So, ziehe hier eine Linie. Mal von der Mitte, wenn wir sehen hier, wenn das Dreieck hier erscheint, haben wir genau die Mittellinie erreicht. Dann markieren wir mal die Linie, drücke die Taste X, damit wir hier quasi eine Symmetrie-Linie haben. Dann machen wir mal hier unsere Ausbuchtung für den T-Träger. Das mit Auswahlrechten können wir das aufziehen. Dann können wir das ganze spiegeln über unsere Symmetrie-Linie. So, wenn das nach unten gespiegelt ist, fangen wir mal an mit Trimmer. Erste Linie raus, zweite Linie raus, hier unter auch noch. So, dann gucken wir mal, ob das passt. Wenn ich das höher ziehe, geht es andere mit. Das passt auch. Wenn das hier mitgeht, stimmt es auch. So, das Einzige, was jetzt hier ist, dass das nicht symmetrisch ist. Das möchte ich ganz symmetrisch belassen. Also gehen wir hier auf unsere Abhängigkeit, sagen gleich und dann sagen wir diese Linie und diese Linie ist gleich. Jetzt gucken wir noch mal, wenn wir das in die Länge ziehen, geht es mit. Ja, das ist eigentlich so, wie wir das wollen. Jetzt können wir das Ganze bemaßen. Mit der Taste D können wir jetzt hier zum Beispiel mal die Länge bemaßen. Da sagen wir mal, das sind 80 Millimeter. Wir bemaßen die Höhe. Das sind 50 Millimeter. Und dann sagen wir hier, die Dicke von dem Steg soll 20 sein. So, dann haben wir das jetzt relativ schon mal bemaßt. Und jetzt wollen wir unsere Parameter erstellen. So, da können wir einmal hier auf das FX-Symbol gehen, um die Parameter zu holen. Wie kommen wir sonst noch an die Parameter ran? Indem, dass wir hier auf Ändern gehen. Und dann gibt es hier die Funktion Parameter ändern. Mit den drei Punkten kann ich sie mir hier oben in die Werkzeugleiste ablegen. Oder wir nehmen die S-Taste, unsere Schnellwahl-Taste. Hier habe ich es auch schon abgelegt. Aber wir suchen es mal und suchen noch Parameter. Und dann haben wir hier Parameter finden. Jetzt habe ich hier das Kreuz. Da könnte ich es wieder aus der Icon-Leiste da oben rausnehmen. Oder wenn jetzt halt hier der Pfeil nach oben kommt, kann ich es quasi hier ablegen. Ich rufe es jetzt mal hier über die Funktion auf. Und jetzt kommen wir quasi hier auf unser Parameter-Fenster. Wir haben hier einmal jetzt die Favoriten. Wir haben die Benutzer-Parameter mit einem kleinen Plus-Symbol. Und wir haben die Modell-Parameter. Solange wir jetzt unsere Datei oder unser Dokument noch nicht abgespeichert habe, steht auch hier in den Modell-Parameter nichts drin. Uns interessiert im Augenblick jetzt nochmal die Benutzer-Parameter. Ich klicke mal auf das Plus drauf. Und jetzt kann ich hier quasi einen Namen angeben. Ich nenne das mal an T-Länge. So, man muss hier aufpassen, es gehen nicht alle Namen. Also zum Beispiel Minus und so weiter geht nicht. Dann wählen wir hier die Einheit aus. Da kann man hier Millimeter, Zentimeter, Meter machen. Ist ganz klar, uns interessieren die Millimeter. Wenn man zum Beispiel jetzt Winkel oder sonst was parametrisieren will, muss man mal hier gucken, was man dann nachher auswählen muss als Einheit. Wir machen sicherlich noch das eine oder das andere Video zum Parametrisieren. Kommen wir eh noch dazu. Dann hier geben wir den Ausdruck an. Das wäre dann in dem Fall jetzt unsere 80 Millimeter. Hier unten ein Kommentar. Also wenn ich jetzt, wir haben jetzt insgesamt jetzt bei unserem Beispiel, haben wir jetzt drei Parameter oder zwei beziehungsweise zwei Parameter. Da brauchen wir den Kommentar jetzt nicht eingeben. Wenn ich aber jetzt eine Konstruktion habe, wo ich vielleicht 30, 40 Maße drin habe, dann sollte ich auf jeden Fall mir hier nochmal einen Kommentar reinschreiben. So, dann nehmen wir das auf OK. So, dann haben wir hier die 80 drin. Machen wir den nächsten Parameter. Das wäre dann das T unterstrich Breite. So, wieder Millimeter. Dann machen wir mal 40. OK, jetzt gucken wir mal. Ja, wir können hier die Profiltiefe machen wir auch noch. Also machen wir nochmal ein Benutzerparameter. Das ist dann T Nut oder Steg. So, dann machen wir auf 20. Geben wir das Maß ein. Jetzt klicke ich mal alle drei hier an als Favorit. Das heißt, sie erscheinen hier oben den Favoriten. Ich kann dann, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Bauteil habe, kann ich mir dann die wichtigste Maße hier als als Favorit einlegen. Dann komme ich hier am schnellsten ran. So, jetzt haben wir unsere Parameter erstellt. Und jetzt können wir hier zum Beispiel auf die Maßlinie klicken. Und dann kann ich mir hier auswählen. Zum Beispiel die T Dicke. Wobei das jetzt nicht passt. Ich wähle dann einfach mal aus. Schreibe mal hier rein T Unterstrich. Und jetzt kommt hier die T Länge. Übernimm die. Mit Return übernehmen wir. Dann steht hier drin FX80. Wenn ich jetzt hier das wieder anklick, T, dann machen wir hier die T Breite. Übernehmen wir. Wir sehen schon, das Maß wurde angepasst. Und hier wählen wir aus T Steg. So. Und jetzt haben wir hier quasi unsere Skizze fertig. Mit Taste E extrudieren wir das einmal. So. Okay. Und jetzt rufe ich hier nochmal meine Parameter Box auf. Und jetzt sage ich. Okay. Gut. Ich möchte hier keine 80 haben, sondern 100. Dann geht es automatisch mit. Wichtig, dass es natürlich so schön wie hier jetzt funktioniert ist. Ich muss quasi meine Ausgangsskizze oder meine Elemente, die ich dann in den Parameter ansprechen will, die muss ich natürlich richtig bemaßt und vor allem richtig mit Beziehungen versehen. Aber sonst kann es halt sein, dass dir die Bohrung nicht richtig mit geht oder dann zum Beispiel die Nut nicht mittig ist. Da muss ich einfach darauf achten. Aber hier auf die Art und Weise kann ich jetzt halt sehr schnell Änderungen einmal an meinem Modell vornehmen. Wenn ich das jetzt halt von Hand ändern müsste, müsste ich jedes Mal hier in die Skizze reingehen, Skizze bearbeiten, dann hier die entsprechende Maße anklicken. So kann ich praktisch mit wenig, mit wenig Steuermasse dann noch heute das komplette Bauteil anpassen. Wir werden die Funktion Parameter oder die Möglichkeit mit Parametrisierung sicherlich noch öfters ansehen. Deswegen viel Spaß beim ersten Ausprobieren und bis zum nächsten Video.